Stimmt. Also was kommt jetzt? Nochmal die Wiederholung. Nein. Ja doch. Jetzt kommt's. Und dann zieht er innen rein. Ja, aber er war neben ihm. Normalerweise wäre es mit einem normalen Bodycheck abgegangen, aber er hat ihn hier so unglücklich getroffen, dass er beide Räder ausgehebelt hat. Ja, aber er war schon sehr optimistisch. Ja klar, dass er reinzieht. Er hat weit ausgeholt, der Sam Lowes. Und er hat seine Chance gesehen und sagt, da muss ich Konto. Weil wenn ich...